Einen schönen guten Tag, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsadaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Chart Flash für Montag, den 27. Februar. Gut, und wir beginnen am heutigen Montag wieder mit dem S&P 500, dem hier vorliegenden Tagesschart, wo wir seit dem Verlaufshoch bei 4.195 Punkte deutlich zurückgekommen sind. Auch am Freitag sind wir direkt mit einem Gip Down in den Handel gestartet und lagen im Tagestief am Freitag bei 3.943 Punkten, konnten uns in der Folge aber wieder etwas erholen und dann mit einer bullischen Tageskerze, mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gehen und könnten nun möglicherweise eine kurze Erholung starten. Der übergeordnete Abwärtstrend ist seit 4.195 Punkte aber weiterhin intakt und solange wir hier den 10er EMA nicht mehr nachhaltig überbieten, ist dann trotz einer möglichen Erholung in der Folge mit wieder weiter fallenden Kursen zu rechnen. Die erste Anlaufmarke bei einer Erholung wäre dann hier der Bereich um den 50er und 200er EMA im Bereich von etwa 4.010 Punkten. Geht es weiter höher, könnte der 10er EMA angelaufen werden bei 4.042 Punkten aktuell. Spätestens in diesem Bereich wäre dann aber wieder mit fallenden Kursen zu rechnen und einem weiteren Rücklauf dann höchstwahrscheinlich zum Verlaufstief vom Freitag bei 3.943 Punkten. Fallen wir auch unter die Ichimoku-Wolke, die in den nächsten Tagen hier relativ dünn ist und damit wenig Unterstützung bietet, ist mit einem weiteren Kursrückgang zur Unterstützung im Bereich von 3.800 Punkten zu rechnen. Gut, wir machen dann weiter mit dem Euro-Dollar. Der Euro-Dollar befindet sich ebenfalls in einem Abwärtstrend seit dem Verlaufshoch bei 1,103 Dollar. Wir sind hier zunächst unter den 10er EMA gefallen, haben dann auch einen nachhaltigen Durchbruch unter den 10er EMA vollzogen. Damit war klar, dass wir uns nicht in einer normalen Korrektur befinden, sondern in einer sich ausdehnenden Korrektur, die dann auch den 50er EMA, die dunkelblaue Linie, erreicht hat. Wir konnten uns dann wieder etwas erholen, den 10er EMA aber nicht mehr nachhaltig überwinden, womit weitere Kursschwäche angedeutet wurde und in der Folge ging es dann auch weiter bergab und wir haben nun den 200er EMA erreicht im Bereich von aktuell 1,053 Dollar. Zu beachten ist außerdem, dass es hier zu einer bärischen Überschneidung gekommen ist des 10er EMAs unter den 50er EMA im Tagesschart und wir daher ein weiteres bärisches Signal vorliegen haben, was ebenfalls eher auf weiter fallende Kurse hindeutet. Können wir hier am 200er EMA nach oben abprallen und eine Erholung starten, wäre zunächst mit einem Hochlauf in den Bereich um den 10er und 50er EMA zu rechnen, also in den Bereich von ungefähr 1,063, 1,066 Dollar. Gut und bei den Einzelwerten werfen wir noch einen Blick auf den Titel von US Bank Corp. Die Titel sind hier seit 49 95 Dollar kräftig unter Druck geraten. Wir sind auch hier ebenfalls zunächst unter den 10er EMA gefallen und haben dann eine Abwärtsbewegung im übergeordneten Aufwärtstrend durchgeführt, wobei wir nun hier am Freitag den 10er und 50er EMA im Tagestief bei 47,03 erreicht haben. Danach kam es dann zu einem Abprall nach oben. Wir sind dann mit einer bullischen Tageskerze bei 47,64 aus dem Handel gegangen und könnten nun möglicherweise vor einem weiteren Hochlauf stehen, eine weitere Erholung durchführen hier zum 10er EMA, aktuell im Bereich von 48,18 Dollar. Es könnten sich also möglicherweise Long-Positionen anbieten, die dann unter dem Vortagestief vom Freitag bei 47,03 abgesichert werden sollten. Gut und damit wären wir dann auch wieder durch mit dem ING Markets Chartflash für den heutigen Montag. Ich melde mich dann wieder am morgigen Dienstag mit dem ING Markets Morning Call. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg im heutigen Trading sowie einen schönen Wochenbeginn. Vielen Dank.